Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Lucia Dragon Mary Ganz offensichtlich habe ich jetzt ein Männersterben. Zuerst die Zwergrollenfresche, das waren auch männliche Tiere, der Florian. Jetzt ist auch noch der Bobby gestorben, am 7.10. Fotos habe ich leider nur zwei von ihm. Kann ich leider nicht mehr zeigen. Und der Max ist am 10.10., also drei Tage später, verstorben. Der ist in meiner Hand gestorben. Ich habe bemerkt, dass er das Futter nicht angerührt hat. Ich habe aufgemacht und er ist nur drin gelegen und hat nur geatmet. Dann habe ich ihn rausgenommen und er hat sich nicht bewegt, er hat nur geatmet. Als ich mich dann aufmachen wollte zum Tierarzt, hat er dann aufgehört zum Atmen. Ich weiß nicht, was er gehabt hat. Ja, das sind die letzten Fotos von Bobby und Maxi. Und dann sage ich mal Tschüss bis Freitag. ... ... ...